ich bin tot z ist auch so eine scheiß taste für diese heilung ich musste unbedingt umstellen mache ich direkt jetzt ich kann so nicht spielen ist das interaktion medica er braucht karten modus kommen komme ich doch schon viel schneller dran darunter schnell dahin hier geht es bestimmt raus sagt er hier geht es raus hier geht es nicht raus scheiße ok wo geht es dann guten tag lasst mich bitte voll ins gesicht ich glaub deren schrot ist besser als meine einmal könnte man wieder kommen und mir helfen also wenn ich denn jetzt nein jetzt mal ehrlich ich muss hier raus mir geht sowohl die munition als auch die medikits gehen mir aus und da ist kein medikit drin alles sehr verdächtig still ach ach so hier spielt immer geiler sowas hätte ich nicht gedacht gemetzel schnell hin ich will auch was vom gemetzel haben die replikas betteln sich hier mit den mit wenn x leuten das natürlich interessant weil die replikas natürlich besser sind als bett nix oder zu über nix wie auch immer der spannende ist auch immer der spannende ist also ich darf wieder genug munition na guten tag teil jump ich hätte das werde ich mit holen das dinge anscheinend haben sie mich nicht gesehen die zerfetzen die anderen aber ganz schön herbe hier ist das ganz schön gut und sie schießen auf milch warum können sie mir nicht helfen oder so weiß ich hätte nichts gegen hilfe oder so einmal hat mir ein paar mal geholfen einmal könnte mir jetzt mal aber du hast so begierde oder so nach damit du weiterhast kann es mir helfen hä ist ja was ach so aha hier geht es wieder lang gut ist ja ohne ende gewollt irgendwo muss es doch ein weg geben hier nicht hier es wird sehen nehmen sie den hauptversorgungsaufzug zur oberfläche gut ich will gerne mal wird zur oberfläche zurück denn hier unten ist so leicht gruselig guten tag vorbildliches schlachtenfeld keine überlebenden nur tote hier ist sehr viel munition und noch mehr leben und wo ist der aufzug weil der ist eigentlich das einzige hier was ich will ist das hier der aufzug so ein lastenaufzug oder so ja 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 so 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 Leute, wir wollen das alles. Bist du genauer. Was soll ich denn von mir ist? Hallo. So, jetzt aber. Komm. Ich möchte aber weg. Muss ich denn jetzt tun? Geht es denn jetzt wieder weiter? Ist immer noch rot. Heißt, dass es nicht geht. Warning. Malfunction. Hydraulic. Present low. Das sagt mir natürlich jetzt sehr viel. Nämlich gar nichts. Ich habe null Ahnung. Was ist das denn hier? Wollte ich irgendwas beschießen? Ein Raum. Tür. So. Wie gerade habe ich jetzt? Immer noch keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht. Was muss ich denn hier machen? Fahren? Ne. Fahren schon mal nicht. Ich gehe mal zu diesen rot blinkenden... ...Dingern, die aussehen, wie Knöpfe. Ventile. Äh. Ventile. Achso. So, und... Jetzt muss ich das jetzt wahrscheinlich an allen machen. Ja. Wo ist denn das letzte? Ah, da hinten. Was ist das denn? Besiegen Sie den Power Armor ein. Boah. Oh, shit. Oh, shit. Ja. Ah. Oh, shit. Oh, shit. Ah. Oh, shit. Zack, zack, einmal zack. Oh, oh, oh. Auszeichnung, gibst die doch selbst. Scheiße, das ist so eine Low-Auszeichnung.